Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Sambal Goreng Ajem Atei. Sambal Goreng Ajem Atei ist ein Rezept der indonesischen Küche für Hühnerleber in würziger Soße. Anders als bei vielen anderen indonesischen Speisen muss man dieses Gericht nicht zu lange im Voraus zubereiten, denn gebackene Leber wird nicht besser, wenn man sie wieder aufwärmt. Für 6 bis 8 Personen als Beilage werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm Hühnerleber, 150 bis 200 Milliliter Milch zum Einweichen der Leber, 3 Esslöffel Öl, 1 Esslöffel Zitronensaft, 2 Lorbeerblätter, 2 Tomaten, 125 Milliliter Kokosmilch oder 2 Teelöffel Sambal Ulek, 2 kleine Zwiebeln, 1 bis 3 ausgepresste Knoblauchzehen, 1 Teelöffel getrockneter Galgant, Laos, halbe Zeltrasi, 1 Esslöffel Palmzucker, Gula Jawa oder brauner Farinzucker, Salz nach Geschmack. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Knoblauchpresse, Mörser mit Stößel oder Mixer, Wok oder tiefe Pfanne, Pfannenwänder, Küchenkrepp. Zubereitung Vorbereitung Die Hühnerlebern vor der Zubereitung 30 Minuten in kalter Milch einweichen. Danach die Lebern unter fließendem kalten Wasser abspülen und mit Küchenpapier gründlich trocken tupfen. Anschließend die weißen Fettstränge und Adern möglichst weitgehend entfernen. Dann die Leber in mundgerechte Stücke schneiden. Während der Einweichzeit der Lebern die Tomaten enthäuten und in Stücke schneiden, die Knoblauchzehen pellen und auspressen. Dann die Gewürzmischung zubereiten, eine Zwiebel mit Sambal-Ulek, Knoblauch, Galgant, Trasi und Zucker im Mixer oder im Mörser zu einem feinen Brei zerkleinern. Die andere Zwiebel in dünne Ringe schneiden. Fertigstellen Das Öl bei mittlerer Hitze im Wok erhitzen. Die Zwiebelringe darin dünsten, bis sie sich hellbraun verfärben, dann aus dem Öl nehmen und beiseite legen. In demselben Öl den Gewürzbrei 30 Sekunden anbraten. Die gründlich abgetrockneten Lebern salzen und dann 2 Minuten braten, bis sie an allen Seiten Farbe angenommen haben. Nun Zitronensaft, Lorbeerblätter und Tomatenstücke dazugeben und das Ganze unter Rühren weitere 2 Minuten braten. Die Temperatur herunterschalten und die Kokosmilch in das Gericht hineinrühren. Noch etwas köcheln lassen, bis die Soße zu kochen beginnt. Vor dem Servieren die Lorbeerblätter aus der Soße entfernen. Die Leber mit den Zwiebelringen garnieren. Servieren Das Gericht sollte heiß oder leicht abgekühlt serviert werden. Es ist besser, das Gericht nicht wieder aufzuwärmen. Sollte sich das nicht vermeiden lassen, genießt ein Erwärmen in der Mikrowelle den Vorzug. Als Beilagen eignen sich Als Hauptspeise mit weißem Reis Als Beilage zu einer indonesischen Reistafel Kokwinneria.nl Originaltext des Rezepts und kulturhistorische Einleitung Niederländisch Schwierigkeit leicht Rezepte ohne Alkohol Reistafel Indonesische Küche Hühnerinnereien Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Nachdem Die Zubereitung Untertitelung des ZDF, 2020